so okay also was new multiplayer game italy oder das oder was ich muss noch meine mein mikro ein bisschen weiter weg stellen du findest italy cool, italy, 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 number of cpu players 3 dieses mal expert game okay, number of cpu players, und mir ist wieder terror, ja? ja, alles klar start, start, game offen, schnell, join, schnell, schnell, ich brauch dich, schnell, schnell terrorist, guerilla, b, 4, 1, munition, oh nochmal, b, 4, 1, schnell du bist da? natürlich, du bist im gegner-team ich mach's ja alles so platt ich brauch dich nicht ich bin im bar, weißt oh gott, oh gott, ich hab Waffe gewechselt oh haha danke, danke, passt da und schon steht 1-0 für sie, ne? ja, dann hast du dein Sniper, mach mal hier oben ja, Sniper, du nur mach was du nicht lassen kannst Tunnel, Tunnel, Tunnel Alter, ist er gut botken unten, links, links kommen sie, links kommen sie, links kommen sie, die Treppe hoch ah, da kommen die Treppe hoch, einer kommen die Treppe hoch also rechts, weißt du, links, rechts da einer läuft zurück zum spawnen ah, der ist im Haus er ist unten er holt die Geisel oh das kann doch nicht, nix richtig machen, oder? ja, die Beschreibung, man wenn ich ruf, links, rechts, dann weiß ich ja wohl, wo sie sind hahaha ich geh wieder in den Tudel ich setz mich unter die Kisten, ich mach gar nix ich sag dir, wenn sie in den Tunnel kommen Tunnel ist safe ich höre ihn rechts die Treppe hoch kommen Achtung im Tunnel ist niemand scheiße wie jetzt? hab ihn wo sind die anderen? oh, der steht direkt vor mir ich sag doch, er kommt er kommt, er steht direkt vor mir was ist eigentlich los? ja, ich hab die Waffe gewechselt du bist cool, ne? ich hab die Waffe gewechselt, ne? ich geh jetzt campen like a noob ich höre jemand links also rechts die Treppe alles was nicht geradeaus ist, ist die Treppe ich komm zwei Richtung oh Gott, das war schlecht das war sehr schlecht ich hab gewonnen es steht schon 4-0 warum steht schon 4-0? warum steht schon 4-0? ja, warte mal, dann bleiben wir jetzt beim Haus komm du auch auf mein Haus und mach den anderen Weg so, ich mach mir das einfach eine lange Zeit sehr gut, ich bin unten drin die kommen ja nicht rein, ohne an mir vorbei am Eingang auf den Tunnel auf den Tunnel lang, lang die kommen lang hast du ihn? Tunnel Tunnel ich höre ihn Tunnel, er kommt rein hast du auch versagt? ich hab auch versagt okay, mach mal eine neue Runde komm nö ja, okay lass mich zum Haus bleiben okay, wenn allein zu Haus machen wir jetzt wow, was macht er jetzt? DAST! komm, wir machen DAST! oh shit oh shit oh shit oh shit ach fuck it shit is going down ich sprühe dich an ich sprühe dich an ich sprühe dich an ich hab dich angesprüht shhh shhh shit is going down shit is going down shit is going down ich höre niemand ich höre noch niemand doch Tunnel links hab ihn hab ihn ich bin am Sack irgendjemand von mir ist tot Anna, komm gib mir einfach ne Entschuldigung hast du das gesehen? ich bleib bei meinem Defender niemand gibt mich weg von meinem Defender ich stürme jetzt vorallike Boss nein, wir sind langsam aus langsam okay okay, ich bin safe ach, rechts? rechts, ich höre nix doch, von rechts kommt einer ja der ist Unterführung Unterführung, 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 Unterführung da ist er ja Achtung, der ist oben schon ne hab ihn fuck noch einer ja, der kam dann ins Eck oben was der kam ins Eck Tunnel, Achtung OHHHHH ich hab ihn gehört fuck alter, man, gehen die ab, Expert Bots fuck man, sind die gut, man nicht mehr Koreaner können gegen die bestehen jede Wette und das zeig ich jetzt ohne rassistisch zu sein, okay hier oh you picked up the bomb? pssst pssst leise leise hinter dir in Uranus ooooh der hat sich angeschlecht wo ist der denn? weiß es nicht komm in den Tunnel, von lang Achtung von A zwei Stück ja, gegen zwei hat noch 35 Leben botquake alter, verballer man holy fucking moly die gehen ab wie schnitzel was wollen wir denn da machen? lass die schnitzel krampeln ich hab's grad gemerkt der eine ist geschlichen, man wie Schneewittchen wenn ein Schneewittchen schleicht ich weiß es nicht mach rechts zu zu links, okay links ist zu rechts, rechts unterführung unterführung zurück zurück die müssen zu uns die müssen zu uns dann go A und rausspringen wie ein Irrer A save ich leg du hörst sie ich leg sie ich deck Tor Tor save unten unten hoch botquake Achtung, das ist der Monchakkiller ich deck Tunnel safe Quaid's tot durch 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 Tunnel nee 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 kommt jetzt durch vor nein eigentlich ist der Weg durch den Tunnel alter Mann ich brauch dich überhaupt nicht ich sieh das hahaha hahaha ha ha haha ha 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 m pssst pssht 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 Ich höre nichts. Rechts. Nee. Nee, links. Er läuft links. Achtung, der kommt rein. Jetzt läuft er rechts. Der kommt rechts rein. Links. Die gehen unten lang, glaube ich. Komm, lass den Bombenplatz gehen. Also hier hinten ist keiner. Ich gehe Bombenplatz. Aber ich gehe außenrum. Weil... Ich komme in den Tunnel. Bleib im Tunnel. Der kommt hier, wo ich komme. Kommt er auch. Der ist hinter uns. Von da, wo wir gekommen sind. Achtung. Und da kommt noch einer. Mit dem Shotgun. Kommt da rein. Achtung. Und einer kommt von vorn. Es kommt von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Penner. Ich gehe rein. Ich sage doch, von beiden Seiten. Ich habe dein Geld, um Munition zu kaufen. Ey, was kaufst du dir eigentlich immer alles? Hast du ein Buy-Scrypt? Solid. Solid. Ich bin auf A. Bombblatt safe. Leg. Schnell. Ich... Ich bewacht. Tor. Tor safe. Wie von den Asgard. Tor safe. Bomb has been planted. Ich höre einen Tunnel. Ich höre einen Tunnel. Er kommt. Warte. Hä? Oh shit, der hat sich in der Registe versteckt. Bastard. Bastard. Press duk. For spectator menu. Das schafft er nicht. Komm schon. Explode. Oh, was soll denn das explodieren? Brrrr. 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 1,5. Wir haben verloren. The Bot Kurt. The Bot Kurt. Hat uns besiegt. Brrrr. 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 New Server, ey. Okay. Terror. Arktic Avengers. Wir sind bei den Avengers. Ah, das ist wieder Italien. Haben wir gewonnen? Haben wir das gewonnen vorher? Nee, oder? Ha? Gegen drei nicht? Okay. Die kommen rechts. Und Tunnel ist auch einer. Achtung. Tunnel zwei. Drei. Alle. Alle Tunnel. Hör auf zu klatschen. Du weißt genau, ich hasse es, wenn du klatschst. Ich geh jetzt ins Haus, ja? Wohin soll ich im Haus? Nein, der andere Weg. Die Treppe hoch dazu machen, also am Fenster Quart. Alles klar, am Fenster. Treppe hoch. Das ist ein bisschen bescheuert, aber... Fungerball. Alle drei. So. Sind dir sicher, dass du aufstehst, dass du aufstehst, dass du aufstehst, dass du aufstehst. Hab ihn. Wo ist denn die anderen? Da, da steht der Kopf. Ich hab zwei erwischt. Siehst du das? Ich kaufe mir jetzt mal eine AK. Ich verstehe zwar nicht, warum sie hier CV heißt, aber... Und noch eine B-84. Kann auch nicht schaden. Natürlich leer. Ja, Treppe. Alle. Alle bei mir, beide. Bin tot. Headshot. Im Haus ist blöd. Da schießen sie uns immer den Kopf. Von unten nach oben. Im Haus unten. Bei den Geißeln. Einer. Einer draußen bei den Kisten. Und einer kommt zu dir zum Fenster rein. Ich bleib nicht im Haus. Fuck you. Ich geh jetzt runter. Shit is going down. Ich bin bei der Treppe. Du auch? Von rechts kommt's. Ja, Achtung. Oh shit, ich muss die nachladen. Fuck. Chewbacca. Ich geh noch schneller nach vorne. Da haben sie keine Chance. Sie kommen. Tunnel. Alle. Alle Tunnel. Achtung, die sind schon oben beim Haus. Einer. Einer kommt noch. Und alle? Nee. Du? Nein. Hä? Aber da ist ein Einschussloch. Achtung, da kommt euch ein Tunnel. Runter. Die anderen sind schon oben. Da schießt die Geißeln. Yes, ich hab sie alle erschossen. Links. Oh, er kommt von hinten. Oh, la, 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 la. Fick die. 5-0. They're all dead. Oh, they're all dead. Wir haben halt auch nix mehr zu trinken. Terrorist forces. Welcher Lade? Was ist das? Milizia? Ist das etwa? Das ist ja easy peasy. Ich geh kanalisation. Geh aufs Dachsnipern. Ja, geh aufs Dachsnipern. Das ist mir fucking egal. Ist ja nicht so, als wären wir ein Team, aber... Wo bin ich zum Teufel? Das sieht irgendwie anders aus, als letztes Mal. Hey, what the... What the balls? Alle vorm Haus. Nice. Die Geißen drehen voll am Rad. Achtung. Er geht ins Haus. Ne, er springt. Jetzt geht er doch nicht ins Haus. Was ist das für ein Mongo Billy Joe? Hinterm Haus ist er. Jetzt geht er in Kanalisation runter. Er überlegt sich's. Und er geht runter. Oh, ne, er ist in der Kanalisation. Und er geht Richtung zu seinem Sporn oder zurück, wo er hergekommen ist. Ist das richtig gehalten? Ne. Achtung. Warte mal. Ne, er überlegt sich's. Er kehrt um. Und jetzt kommt er wieder. Zu uns. Er geht wieder die Leiter hoch zur Kanalisation. Neben Haus. Ne, die andere. Jetzt mach die Tür auf. Er geht zum Vordereingang, wo du vorher warst. Achtung, der kriegt dich. Er bleibt stehen. Er ist in Deckung. Er kommt die Leiter hoch. Er ist an der Leiter unten. Er ist an der Leiter unten. Er kommt hoch. Er kommt die Leiter hoch. Er steht immer noch unten. Er kommt die Leiter wieder hoch. Er kommt hier hoch. Er kommt hier hoch. Nein. Nein. Fuck. Ich sag dir doch, wo er ist. Ich kann das verkangen. Ich glaub kaum, dass sie durch die Kanalisation kommen, oder? Jetzt geht's auch mal vor der Tür. Oh, aber da sind sie ja schon alle. Oh Mann, das macht keinen Spaß. Ich weiß nicht. Okay, let's go. Okay. Let's go. Let's go, yo. To the flow, yo. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Aber eigentlich sieht die Milizia-Map anders aus, als die die wir letztes Mal gespielt haben. Jawohl. Gleichzeitig. Nice. Ich bin tot aber. Ja, ist mir egal. Wo sind die anderen? Im Haus schon. Ich kann die Garage nicht aufmachen. Ich geh hinten raus, bleiben noch mit. Oh ja. Es sind beide beide Autos, also. Ich hab einen. Ich höre sie, wie sie hier unten sind. Alles zur Tür rein. Ich schnapp ihn mir. Die sind schon weg? Unten. Ich glaub, ich hab ein paar Geisen getötet. Fuck, er ist unten im Haus. Unten drin. Und er geht zum Vorderausgang raus. Also vor der Eingang. Ja, er kommt. Achtung. Dann erwischt das nicht mit einer Sniper, wenn er so rum springt. Dann erwischt das nicht mit einer Sniper. Ja, was soll ich machen, wenn ich nur eine Sniper habe? Jetzt holt ihr mal eine B-41 und eine B-82 und eine B-84. B-42. Vordereingang safe, oder? Ja. Ich hab's gebraucht. Okay. Sie sind schon im Haus. Hinterhof. Okay. Ich hab eine völlig sinnlose Granate geworfen. Ach, shit. Vorne. Vor dem Vordereingang. Ja. Ist einer. Und einer ist im Haus. Achtung, der muss bei dir irgendwo sein. Der geht jetzt aufs Dach hoch. Er ist auf dem Dach. Oh. Oh, das bist du. Beide in der Kanalisation haben die Geiseln befreit. Ich check nicht. Die kommen die Lade. Die kommen die Lade nicht hoch. Jetzt. Oh, die sind schon daheim, glaub ich, oder? Ja, der Bot Zach hängt irgendwo fest. Nee, die sind... Ich weiß nicht, wo die sind. Bist du los? Nee, das ist ein Geist. Ja, Achtung! Weißt du? Es ist endlich over. Es ist endlich over. Ich brauche meinen Asthma-Spray. Mein Stuhl quietscht und quietscht. Ich bin Terror. Milizia. B41. Go, go, go! Fuck you! Okay. Wir müssen die Geiseln beschützen. Also töten. Halt. Wo bin ich? Ach, okay. Office, hä? Achtung, die kommen da. Nice work, bro. Zwei gegen einen. Er kommt auch da. Ich hab's gehört. Das kriegen wir wohl hin, oder? Ich hab's genau gehört. Er ist irgendwo links von uns. Oh, scheiße. Oh, no. Oh, no. Alter, die Roggenwärts fährt am Sack hier. In Milizia kriegen sie nix auf die Reihe. Hier bin ich King. All hail to the King, baby. Ach, ja? Ich bin in der Höhe. Scheiße. Die gehen hinten rum. Zwei Stück. Achtung, die kommen zu den Geiseln. Von hinten. Jawohl, genau da. Achtung. Oh Gott, was war das? Das hab ich jetzt nicht aufgezeichnet, oder? Nicht wirklich. Das kommt zu den Top Ten Worst YouTube Moments 2013. Ich führ mal an die Front. Und ich bin falsch. Das bin ich. Achtung, die sind hinter dir. Ja? Ja. Aber das ist die ganze Zeit, oder was? Auf die hinter dir! Bei den Geiseln. Fuck. So. Wo ist die dritte? Schleicht rum. Wo? Kommt gleich zu den Geiseln. Jetzt ist er da? Ja. Oh, jetzt ist er noch hinter mir. Danke. Danke für die Info. Vielen Dank. Superbeschreibung. Er kommt jetzt zu den Geiseln. Sieht aus wie eine Geiseln, oder was? Oh. 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 Hinter dir. Die sind hinten rein schon. Die sind bei den Geiseln. Ich weiß nicht wie, aber... Irgendwie haben sie es geschafft. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Schleichen. 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 Danke für die Granate übrigens, gell? Er war genau da, wo ich gestorben bin. Wenn es geht da hinten rum. Beide. Beide. Beide gehen hinten rum. Ja, genau da. Geradeaus. Achtung. Sie sind bei den Geiseln. Und kommen zu dir. Sie kommen. Nicht zu dir. Sie gehen hinten rum raus. Sie gehen hinten rum raus. Hinterher. 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 Jawohl. Genau so. Ich glaube, wir sind die schlechtesten Spieler aller Zeiten. Ist mir egal, was du machst. Ich mache die Welt kaputt. Bin ich zum Teufel? Oh, ich höre was. Das ist nicht gut. Bin geblendet, aber. Von meiner Tür? Von meiner Tür? Bist geblendet, aber auch okay. Fakt gut. Wo sind sie? Ja. Hab ich ihn erwischt? Nein. Nein, doch. Ein bisschen. Natürlich ein bisschen. Nee, das war ich. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, hier ist gar keine Tür. Hey. Er hat auch da zwischen den... Und der andere sagt... aaaaah aaaaaaaaaaaaah aaaaaaaaaah da er oft nur eins RIFLES Wo ist die... wo ist die große? Weißt du? Wo ist die große? Die Maschine-Guns Scheiße Wo? Die greifen hoch, der Mann Der andere ist schon drin. Geh zu den Geist. Oh blöd, ne? Ist egal, ich hab jetzt meine Waffe gefunden. Ach, es ist schon 5-0. Fuck! Was ist das für eine Map? Oh, ich hab CT genu... Ach, scheiße. Ich bin falsch. Warum? Weil ich beim falschen Team bin. Du musst eine Runde ohne mich auskommen, Bro. Ah ne, doch nicht. Hä, was ist das für eine Map? Ich kenn die Map nicht. Es gibt nur einen Weg. A oder B? Alles klar. Ach, wir haben die Bombe. Was ist das für eine Map? Ich hab grad die Bombe weggeworfen, Meine Map nicht. Deshalb, sagst du? Keine Maustammssack. Ich hab grad die Bombe weggeworfen, meine Maustammssack. Oh man ist ja... Ich hab grad die Bombe weggeworfen, meine Maustammssack... Wo ist der Bombenlatt? Er sitzt da mit der AWP? Das ist ein fucking Bot. Warum sitzt der da mit der AWP? Die sind besser geworden. Die sind nicht besser geworden. Wir sind schlechter. Kann ich nicht einfach die Bombe hier legen? Natürlich nicht. Gehen wir wieder B? Ich gehe hier oben lang, like a boss. Ich gebe dir Deckung. Komm ich hier lang? Nee. Ja. Geht uns! Keine Panik, ich stehe, der schmüllt die drei. Das kriegen wir noch locker. Hammer. Hammer holt schon mehr was zu trinken. Oh Mann. Wir haben noch nicht mal den Bombenplatz gesehen. Doch, da muss ich erst mal verstanden. Ich fühle mich. Am Saunter. Das ist ein Bombenplatz. Achtung, Achtung, die kommen hier. Achtung. Ich habe ihn gehört. Ich habe ihn genau gehört. Wo, wo, wo geht's hin? Hier. Die sind über uns bestimmt. Dirty Motherfucker. Zwei Seiten, Mann. Zwei Seiten von wegen. Überall? Was ist das für eine Scheiß-Map? Wie heißt die? Ich kenne die. CS-Scheiß-Map. DE-Scheiß-Map. So, kommt es mir vor. Lass mich vor. Ich bin Rambo. Achtung. Ich höre sie. Safe. Ich lege die Bombe. Ja. Ja, eigentlich stimmt. Ich erinnern könnte, wann wo die kommen. Ist egal, wir sitzen uns auf die Kisten. Black Bars. Ich höre jemand? Ja, das soll ich. Natürlich. Ich sehe jemand. Bist du? Ich glaube, das haben wir im Sack. Fuck, mit der ABP. So ein Bastard-Lahn. Die anderen zwei kommen zusammen. Ich weiß aber nicht von wo. Ich blick's nicht. Über die Brücke. Die sind bei B oder so? Die sind bei B. Die gehen jetzt durchs Haus und kommen zu A. Durch ein Haus irgendwie. Wie, Achtung. Wegen der Bombe? Ich war das so weit weg. Okay, let's go. Nicht weit genug. Übrigens, wir haben Punkt gemacht, oder? 4-1. Nochmal A. A ist gut. Never change a running system. Aber, Bro. Im Haus würde schleichen, okay. Alles klar. Okay. Geh hinter die Fässer. Genau hinter die Fässer. Und leg sie. Los. 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 Okay, sie kommen von irgendwo komisch rechts. Zwischen den Häusern. Fuck it. Oh, ne. Mann. Fuck. Schon wieder eine AWP? Was nennt das für... Vor allem Counter-Terrorists win. Ich komm gleich rein ins Game und dann... Oh, Mann. Fuck it. Fuck shit. Fuck it. Fuck. Fuck it. Fuck. Fuck. Aztik. Jetzt haben wir sie am Sack. Terrorist. Aztik. B-4-1. B-5-1. Oh, das will ich jetzt eigentlich nicht. Aber jetzt hab ich's schon. Go, 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 go. Move. Geh mal über die Brücke oder geh mal über die Brücke? Jetzt sagen wir, geh mal über die Brücke. Ich hab ne Präzisionswaffe. Ha, 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 ha. Brücke safe. Ich geh über die Brücke. Oh, im Wasser. Sie sind alle im Wasser. Bombe liegt im Wasser. Das schaffst du nicht. Da ist noch einer unten. Er hat den Brücke im Augen. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Genau hinter dir. Ey, Mann. Du wusstest, wo er ist? Wie kannst du das sagen? Oh, ich häng fest. Wo bist du? Alles klar. Alles klar, Mann. Ich auch, Mann. Unterum ist cool, Mann. Safe, Mann. Alles im Griff, Mann. Soviel zum Thema unterum, hä? Zwei Stück unten. Einer geht hoch. Warte mal. Wo bist du? So. Die kommen durchs Tor oben zu dir. Wie deine Maus muckt. Deine Maus hat sich zu mucken. Ja, zu mausen. Komm, wir gehen über die Brücke. Okay. Jetzt bin nur noch ich gegen die Rumbos. Der drückt an dem Wasser. Ich weiß genau, wo er ist. Er ist bei unserem... Es ist nicht er, es ist jemand anders. Ich hab genau gewusst, wo er ist. Oh, dass du es mir gesagt hast. Ich hab's mal was zu sagen. Komm, ich hab's mal gesagt. Ich bin wie Krillin. Die ganze Zeit stirb ich. Komm, wir gehen mal Richtung B. Alles gleich, gehen mal B jetzt. Ich bin on. Some serious shit. Das sind alle! Hast du sie? Bist du tot? Lebst du noch? Hast du die Bombe? Ich dachte, sie legt sie dann. Das gleiche Lenkse ab. Ich lenke sie alle ab. Das ist safe. Du hast safe. Alles klar. Im Bauerbach. Keine Ahnung, ich lebe noch. Fuck! Ich bin ein Auto. Schafft er nicht. Schafft er nicht. Er hat ein Diffusel-Kit. Warum hat er ein Diffusel-Kit? Geht unter Terrorist. Er ist frei. Er ist speziell. Speziell. Ich kaufe mir jetzt mal. Ich kaufe mir jetzt mal. Das ist ein Kallasch-Nikaufmann. Okay. Und dann bin ich wie die echte Terroriste in Vietnam. Und Afghanistan. In Kongo. Und wir gehen voll like Rambo, weißt du? Achtung, der Schaden. Genau so. Wie die echte Terroriste. Wo kam der Fuß? Von der Treppe hinten. Achtung. Sind auf der Brücke sind zwei. Keiner schieb wieder. The Border Terrorists win. Fuck, 5-0. The Bot Brad. 5-0 schon wieder? Hahaha. Ich weiß noch, wie ich gesagt habe. Aztek, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie am Seiten. Ist das Koppel? Wenn das Koppel ist, dann haben wir sie jetzt. Ja, das ist alles. Also. Letzte Runde. Go, go, go. Ach, fuck, du. Das ist Koppel. Koppel ist meine Map. Ohne Witz, man. Ich meine, Series. Wenn wir hier nicht gewinnen... Dann weiß ich auch nicht. Das ist die einfachste Map von allen für Terror. Einfacher geht's nicht. Die sind auf B oder A oder C oder ich weiß nicht. Er hat ne Shotgun. Er hat ne fucking Shotgun und geht in den Tunnel. Er sitzt im Tunnel. Äh, wo bist du? Du bist im Turm. Warum sitzt du im Turm? Nicht in dem Tunnel. In dem hinter dir. Unten. Raus. Achso, ja, da. Achtung. Unter dir. Hab ich was gehört? Hammer. Hammer, die sind überall. Okay? Sie sind auf der ganzen Karte. Ja, genau. So, grüß dich. Immer so. Alles klar, guter Plan. Wobei, Links besser gewesen wäre. Da geht's ja nicht tun. Geh wenigstens hier die Leider hoch. Oh, du Kackbohnen. Achtung! Mann, hab ich die gerade nicht verkleidet. Direkt, du Schwanz. Direkt, du Schwanz. Ja, Mann. Pum in your face. Pum. Burn, what the fucker, burn, what the fucker, burn. Ich will wahrscheinlich noch mal. Nein, nein. Durch den Tunnel diesmal. Ist egal, ich hab die Bombe. Ich will, okay. Kannst du nichts dran ändern. Oh, nein, die sind hier. Die sind hier. Ich kenne die Mäste. Sag mir, wo sie sind. Sag's mir, Bro. Da, wo ich gestorbe bin. Zwei oder einer? Einer. Da, der andere ist bei B. Okay. Wo bist du gestorbe? Unten? Und da, genau. Aber da ist jetzt weg. Da ist jetzt irgendwo bei A. Da ist Platz A, der andere. Da ist jetzt beide. Da ist jetzt einer bei A, der andere zu B. Dann hab ich sie. Ich hab sie safe. Das ist ein Win. What the fuck was that? Dann sind sie da zusammen. Dann sind sie da auseinander. Ist noch einer bei A? Ja. Ach. Ich geh jetzt runter. Sag mir, ob er die Leiter hochkommt. Da geht keiner die Leiter hoch. Das andere handelt schild der, wo darf ich den. Storben. Sag mir, der, wo runterge... Der, wo runtergegangen ist. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Der eine ist bei B und der andere ist... Durch den Tunnel. Gleich bei A. Er hat ne Shotgun, den hab ich safe. Yes. Nice. Wo ist der andere? Der andere ist bei B. Holy shit. Den hol ich mir. Sag mir genau, wo. Er ist... Sag's mir, Bro. Auf der Erhöhung. Auf der Erhöhung? Was hat er für ne Waffe? Ja, ne B44. B44, alles klar. Scheiße. Nein. Fuckin' hell. Fuck. Oh. Diesmal haben wir sie. Wie steht's? 2, 1. Okay. Ich spring runter. Mach mal mein Leben auf 61. Einfach damit für sie es einfacher ist. Ich bin eh zu schwer für die. Shit. Ich spring mich nicht. Wie willst du mich treffen? Also, baller seine andere Munition. Ja und? Hasch ihn? Shit. Von links. Direkt von links. Oh man. Bitte mal Pistole. Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Du musst erst sprayen. Wenn du nicht sprayst, bist du nicht cool. Aufblend. Ich bin immer aufgeblendet, obwohl die B sind. Von meiner Schönheit? Der andere Striche ist bei B und der andere Striche läuft, ist irgendein Bug-A-Gebäude. Läuft Richtung A bei A ist. Ich weiß nicht, wo in deinem Kopf A ist, aber da ganz sicher nicht. Wenn da A und ein Pfeil liegt, wie er zeigt, dann ist das Richtung A. Weiß ich das? Achtung, hier ist einer. Der kommt hier. Der kommt hier. Achtung. Wo? Wo ich bin? Durch den Tunnel. Oben. Ach, ich hab gedacht, du Hashi. Das war's. Ich bin raus. Du hast irgendwie nicht. Ne, ich bin raus. Ich hab keinen Bock mehr. Ja?